hoi chummers und chipherz hier ist ein schaff und ein ping und ein foxen und wir spielen overwatch wir haben eine geschätzte wartezeit von 20 sekunden wir sind bei 5 6 7 dabei und in der letzten folge bin ich leider aufgrund von inaktivität entfernt worden und vielleicht mögen die beiden uns mal erzählen was denn noch so passiert ist eigentlich haben wir die gegner geputzt ist eine heiler klasse vielleicht bin ich auch mehr heiler also vielleicht tauschen wir einfach mach du doch mal die endernudel die endernudel ja ich sehe es gerade man kann die karriere von den spielern ja 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 das war der das war der moment wo ich gesagt habe nein nicht mein scharf ich kann mich da sehr mit identifizieren wird nicht als dieser pinkfarbene nagellack ist einfach nicht mein ich muss nicht mein stück von glück auf mitspieler zu zielen und abzudrücken weil ich ja kein hilfe ja das stimmt ich bin nicht verwirrend zielpunkt verfügbar im die haben ihren privathiel dabei haben die? ja wie ekelhaft ja wenn ich wenig leiden kann ne? reinhard? reinhard dann reinhard die deutsche killermaschine ja die sphäre der harmonie kette auch immer gerne wieder zurück ja die sphäre der harmonie kette auch immer gerne wieder zurück gehts gar nicht weiter ich durfte dir zugucken den hat mir gefallen das ist lieb vom spiel und so oh hier gehts auch tief runter ja da habe ich auch gerade runter geguckt da ist reinhard vor reinhard habe ich echt angst ja und das nächste mal so wenn wir einen richtigen reinhard treffen der killt mich auch ja so ich weiß jeder wird gekillt und so aber gefühlt habe ich immer das gefühl alle auf dem weg stimmt gar nicht mehr trotzdem was wolltest du sagen ich weiß nicht ich habe vergessen ne ist nicht schlimm glaub ich also äh da kommt das scharf oh eine sphäre der harmonie hier ja die heilt dich die ist gut für dich nimm die die ist gut für dich huf ich werde irgendwie durch die gegend geschleudert der ist schon wieder geh doch sterben ja schade okay ich mag den nicht der macht mir Angst und der läuft ah ach 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 mhm sehr nett uf hh hh da war ich auch schonn tot ne so schnell geht das dann auch ja Ja, stimmt halt auch schneller als weiter. Oh, wir haben den Zielpunkt angenommen. Ich bin selbst fasziniert davon. Ich komme, Leute, ich komme. Oh, ich hab auch mal den getötet. Ich kann sagen, aber es stimmt gar nicht. So, ich hab den getötet. Macht aber nichts. So. Oh. Krass, ne Bubble. Oh. Nein, ich hab doch noch vor der... Nein! Ich wollte doch die... Ja, ich wollte doch hier noch meine Ulti zünden und so, aber... Ich hab wirklich gerade, naja... Ah, da spiel dich nicht mehr gelassen. Was fing mich denn hier immer so eine scheiß Falle an? Oh. Schaffen. Was? Du hast das... Du hast das F-Wort gesagt. Falle! Ja, genau. Aber das macht natürlich was mit dir. Ja, wenn du das F-Wort sagst, da bin ich also direkt... Ja, verstehe ich. Ja. Ja. Ach so. Schade, 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 Leute. Vielleicht mag ich doch nicht diese Tante hier spielen. Schade, schade, schade. Vielleicht mag ich doch lieber als Mercy unterwegs sein. Ja, das verbinde ich eigentlich auch mehr mit dir. Hm. Hm. Haben wir jetzt keinen Tank? Ich glaube, jetzt haben wir keinen... äh, keinen Tank. Ja komm, dann bin ich Reinhard. Gibt's uns Reinhard? Reinhard! Woher warten wir noch? Hm. 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 Eins. Alles klar, Runde zwei. Ja, das kriegen wir schon hin. Das ist hier überhaupt kein Problem. Natürlich nicht. Gott, diese Stimme. Das ist für uns schon mal ein Problem. Meine Unterstützung ist da. Das ist ja auch schon tot, wa? Ja. Tja, ich versuch's mal zu umgehen. Also zu umlaufen. So, von hinten sozusagen. Da guckt die ja nicht ein bisschen doof aus der Bäche. Von hinten kommen alle anderen auch. Also von unserem Ende. Das ist praktisch. Ich finde es einfach ganz unübersichtlich mit ihm. Also noch mehr über Eck laufen. Denn wenn ich hier einfach so grad laufe, dann ist... Ja, ich verstehe. Also mehr so... Action machen. Okay. Ja, ja, hab ich schon. Huch. Ich glaub's halt. Ich glaub's halt. Ich glaub's halt. Ich glaub's halt. Tamirten auch. Weiß nicht, wer Tamirten ist. Ach so, das ist die... Pharah. Schafen, du bist ja Widowmaker hier. Ja, ich dachte... Wie begeistert du klingst. Schade. Von hinten erschossen. Ach Mist. Solche Leute sind das auch, die einen von hinten erschießen. Mhm. Von den Toten auferstanden. Sozusagen in den Rücken. Naja, so ist das halt. In den Rücken erschossen. Ich kann alles andere nicht. Ich kann das auch nicht, aber... Schafen, ey. Du bist die Beste. Ohne Scheiße. Ich kann alles andere nicht. Hm. Die ganze Zeit bin ich hier nur am sterben. Ich kann alles andere nicht. Ich sterbe weniger als, ähm... Als ich, ja, ich weiß. Ich, äh... Freu mich auch sehr darüber. Also für dich freue ich mich. Mhm. Vielleicht weil du mit Mercy nicht so viel vorne bist. Ja, vorne sein ist nicht so meins. So. Jetzt... Pöttel ich dir in den Hintern. So, nix. Oh, ich hau ab. Gregor von unten. Alles klar. So. Schon wieder so ein Kringling. Ah, die mit dem AOE. Ah, die mit dem AOE. Ah. Ah. Du Bastard. Ah. Es nützt auch nix, wenn ich auf die drauf haue, während der Heel da ist. Aber ich hab den Heel nicht gesehen. Ah. Ärgerlich. Ja, das ist einfach nicht so... Boah, das ist schon vorbei. Oh, wir haben schon verloren. Ah, wir haben schon verloren. Ach, wie gut. Ach so. Ja, das war dann auch kurz vorbei. Ja, darauf... Darauf nehmen wir dann nochmal ein bisschen Wasser. Wasser. Wohin haben wir gewonnen. Niemand glaubt mir, dass das Wasser ist. Das hat keinen Einfluss auf deine unmittelbare Spielleistung, von daher. Nein, nein, nein. Es steigert sich halt auch leider nicht. Das, ähm, wäre vielleicht schön. Aber... Nein, nein, nein. Guck mal, der war in unserem Team der beste Spieler, ne? Guck mal. Guck mal, Voodoo Child. Ja, hopp, hopp. Ja, sind wir alle sehr... Obwohl er erst Stufe 5 ist. Das macht mich ein bisschen traurig. Ja. Ja. Wir denken nicht zu viel drüber nach. Guck, Ändernudel hat auch heute erst Dank. Mhm. Ändernudel. Die Ändernudel. Ach ja, im Himmel, ey. Das ist auch geil. Match bewerten nicht vergessen, Leute, ne? Das war mehr so... ging gar nicht, ne? War mehr so mittel. Komm, wir machen mal mittel. Wir machen mal... Ich hab mal mittel gemacht. Ach, wir sind immer noch... Ach, guck mal, waren wir schon in Hollywood? Ja. Gegner erkennst du an. Mhm. So. Ach, stimmt, wir waren hier schon. Ich krieg Reinhard vorgeschlagen. Das glaub ich nicht. Ich verkauf uns Popcorn. Was haltet ihr dafür? Ja, das ist sehr gut. Oh, Manno, ich wollte gerade Popcorn essen. Guck mal, die Ändernudel ist noch mit dabei. Versuch's mal hier mit dem Typen, den man schon im Tutorial kennengelernt hat. Hab ich vorhin auch gedacht. Hast du? Denn üblicherweise... Hab ich den nicht mal... Ja, ja, ja. Gibt man den, den man auch, ne? Ja, hast du auch, ne? Ja, ja, ja. Reinhard in Hotz und so. Ja, ja, ja. Wir verstehen das schon. Ich guck mal hier mal... Sonst niemand, aber wir verstehen uns schon, Fox. Welcher ist denn hier unsers? Winston ist, glaube ich, nicht so einfach zu spielen. Das war der Affe, ne? Ja, der springt halt und macht dann so eine schützende Kuppel, Dschungelwut. Nein, ich hab ja vorhin mit die DVA-Tante gespielt. Vielleicht spiel ich die auch nochmal. Boah, das ist schon richtig. Der Ping. Ja, ich will mal gucken, was der hier kann. Äh, der kann so schrubschießen, ne? Ihr habt das Tutorial ja heute gemacht. Mhm. Warum haben sie sie schweizerisch gemacht? Ja. Irgendjemand da? Weil er die Alt-Kanossenschaft auch bekriegt. Zwei Reifer in 30 Sekunden erwartet. Wie ist der Auftritt? Geringer Reichweite und große Streuung. Ja, das hatte ich befürchtet, dass die gar nichts sieht, wenn die da... Mhm. Das ich die bisher auch immer falsch gespielt habe, das hatte ich befürchtet. Die muss, glaube ich, immer gut ran. Ich kleb dir so ein bisschen am Popo. Ja, ist schön. Ich hab das nämlich gerade gesehen, wie andere das hier gemacht haben. Und das sah ganz gut aus. Ja, alles klar. Also... Jetzt so nah ran wollte ich nicht. Nein. Ich hab auch noch ein kleines Leben, also. Aber ich beckle dich wieder rauf. Guten Tag. Ja, das ist toll. Oh Gott, ich hasse dich. Oh ja, hallo. Oh. Oh. Er war viel besser als ich. Der andere Soldier 76. Aber langsam muss ich sagen, stellt sich so eine gewisse Frustration bei mir ein. Echt? Wenn die da nicht so gut sind, würde ich? Nee, wenn ich nicht so gut... Also... Ich hab irgendwie das Gefühl, wir kriegen mal eine Offer-Omme. Oh, ho, ho. Ja, das stimmt. Die kriegen jede Menge Offer-Omme. Leider kriegen wir eine Menge Offer-Omme. Vielleicht müssen wir auch wieder runter geregelt werden, so vom Spiel her. Das wäre eigentlich gut, wenn das Spiel einsähe. Das wäre scheiße. Ja, dass das einfach auch mit uns... Dass das auch mit uns keinen Sinn hat. Das hat einfach mit uns überhaupt keinen Sinn. Das macht ja auch keinen Spaß. Ey, ich komm übrigens auch, weil ich auch gestorben bin. Ja. Ist gut. Wollen wir nicht mal den Aufzug nehmen, Fuchsen? Wir können mal den Aufzug nehmen. Wollen wir nicht mal den Aufzug nehmen? Oh, jetzt bin ich vom Aufzug runtergefallen. Ja. Tja. Ach, ja. Ist nicht so schlimm. Ich bin hier. Der Zielpunkt wird angegriffen. Ja, dann mal schnell da durch. Ah, da bist du. Ja, aber Ping, ich verstehe deine Gefühle. Oh, ja. Oh, können die mal bitte weggehen? Oh, ich hab schon keine... Hä? Ja, was können wir verändern? Ich hab keine Ahnung. Ey, wir können ein anderes Spiel spielen. Oh, ja. Lasst uns irgendwie vielleicht den... 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 Den Teddy Simulator. Ja. Irgendwie sowas. Vielleicht auch den Goat Simulator. Habt ihr das mal gesehen? Goat Simulator? Nee, aber du weißt ja, wie ich mit... Habt ihr mal diese Tentatelmonster hier gesehen? Nein. Ähm. Du weißt ja... Das ist schwierig hier. Das ist irgendwie... Weiß ich mich so zu unter... Wölf? Ja. Ich hätte jetzt einen Dachse gemacht. Ja, Pinguine und Pappageientaucher. Ja, Pinguine und Dachse. So, das war doch jetzt mal das hier. Ach, das sind Dachse gehen natürlich gar nicht. So, komm. Ja, ist schön, dass dein Ultimate falls soweit ist. Das interessiert doch kein Schwein. Was? Ja. Nee, 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 nee. Ach, kommst du um die Ecke? Siehst du deine Fettwand? Aber das will auch niemand. So, ja. Das war meiner. Schade. Okay. Ach, das war krass. Oh, ja. Oh, ja. Der muss sich ja nur draufstellen auf das kleine Mädchen. Das ist schon... Ach, je, okay, okay. Etwas, was unangenehm herwärts ist, oder? Aber, ne? Ja, also... Ist du gerade tot? Ja, ich war gerade tot. Komm mal hin, wo ich bin. Hier gibt's welche coolen Monster. Wo bist du denn? Ja, genau. Kommst du hier um? Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Oh, wie gemein. Ja, das stimmt. Die hab ich schon gesehen. Das stimmt. Ja. Ja, 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 ja. So, ja, hallo. Ja, 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 ja. Weg mich doch sonst. Oh, bin ich schon wieder tot, ja. Tö. Schön, 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 schön. Ja. Nein, du bist noch nicht tot. Ja. Nein, ich bin noch nicht tot, ne. Das war nur wenig nicht, ne. Oho, oho, oho. Oho, oho. Ich kann nicht wieder im Überleben. Ja. Ich bin gerade in Stimmung. Oho, oho, oho. Ich bin gerade in Stimmung. Ich bin gerade in Stimmung. Oho, 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 oho. Oho, oho, oho. Ich bin in Stimmung. Ja, ich hätte auch gerne mein Dingensbummens wiederholt. Ich bin nämlich nur so ein bisschen squishy, wenn ich hier rauskomme. Ich habe hier Eindruck, dass die mir wehessen lassen. Ich würde das gerne machen, wenn sie es wirklich... So, darf ich vielleicht ein... Warns-Dankeschön. Den hätte ich wahnsinnig gerne wiederholt. Danke. Hinter dir, Schwein. Ja, Schwein ist gut. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Also hier ist ja überall gerade. Oh, da ist doch hier die die Tante. So, hallo. So, alles klar. Weg. Weg. Nee, okay. Weg. Alles klar. Tja. Oh, 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 oh. Ach, Gott. Mann. Fuchs will jetzt nicht sterben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, klar. Die kommen auch direkt zu fünft hinter einem. Ja, das ist ja klar. Ja, nur für einen geht das nicht. Nein, nein, nein. Ach, ja, so. Ja, ich bin auch völlig tot. Nein, ich bin schon wieder tot. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Kill gehabt bisher mit dem Typen hier. Nein, ich nehme jetzt schon andere. What? Ich bin wieder belebt worden von Schafen, ich nehme kann. Anderer kannst du später nehmen. Jetzt. Das hat ja wirklich überhaupt keinen Hut. Oh, er hat für mich. Ich hasse diese Maraschung. Hallo, hinter mir ist eventuell jemand. Ach ja, hier ist das Schwein. Hallo Schwein. So, sterbe ich schon? Nein, nein, nein. Ich bin da. Deine Frontika Hyalurin ist da, nur dass er halt auch eine hat. Er hat auch eine, ne? Ja, und er hat dann auch noch Leute, die dazu kommen. So. Äh, jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ach, er hat doch solche Pien. So. Wie geht's? Dann kann Anna eine Rüstung aus. So, könnt ihr jetzt bitte mal die Fracht dahintun? Und für den Kino, hier läuft sogar der Film mit diesen Alien-Dings. Das ist ja witzig. Ja, ja, ja. Das ist cool. Wir entdecken kleine, liebevolle Details mit Schafen. So, was ist das hier? Das Schöne ist, wenn wir dann auch gleichzeitig im Scream-System machen. Also mein Fuchs tatsächlich, weil er mal wieder mit mir zusammen gestorben ist, oder gestorben ist, als auch ich gestorben bin. Ähm, wie man das jetzt tun möchte, dass wir das dann auch sehen. Also, da zufälligerweise am gleichen Ort sind. Denen, jetzt bleiben wir uns hier wieder. Ach ja, sie sollen jetzt einfach da auf den Parkplatz fahren, dann ist auch gut, ne? Oh, ja, aber echt. Da krieg ich dich nicht. Ja, ich weiß. Ich kann's versuchen. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, ja. Ich glaube, ich gucke lieber den Alien-Tentakel-Spiel. Oh, nein, das Schwein kam vor dir. Boah, das ist aber auch fließend. Fischer. Die nehmen hier überhaupt keinen Schaden. Wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. 20 Minuten auch. Das war gar nichts. Ja, ich bin ein bisschen im Grumpy-Mode, es tut mir leid. Ja, verstehe ich. Völlig nachvollziehbar ist. Ja, echt? Ja, ja, klar. Uns würde man sagen, ich hab's ein bisschen den Kaffee auf, ne? Andererseits, ich meine, alle, alle, alle Spieler können es gerade spielen. Also auch die, die es wirklich können und gut sind, ne? Ja, also ich meine, wir erleben im Grunde genommen nur, dass das jeder mal, ne? Ja, ja, genau. Das ist schon so. Also ich finde, wir dürfen das auch mal einen Moment schlecht sein und auch mal anstrengend finden und so. Das finde ich nicht mal schön. Ich zitiere gerne diesen Typen, den ich gelesen habe, der sagte, das ist auch eine gar nicht so untypische Empfindung bei diesem Spiel. Ja. Overwatch heißt das Spiel. Da spielt das jetzt nicht Hotz. 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 Ach, ich vermisse Hotz. Ich vermisse die Langsamkeit von Hotz, ganz ehrlich. Das ist so langsam und beschaulich dagegen. Ja. Es ist wirklich, ne? Wo bist du denn? Also, ich finde ja, also... Torbjörn, ich hab Dingsbums bekommen. Wie geil ist das denn hier? Ich wurde gehackt. So, hier. Alles klar. Du bist gar nicht mehr die Tante Fuchsen. 200 Meter bis zu unserer Erlösung. So, nein. Lass es vorbei sein. Jetzt ist da einer von den dreien da. So, nein. Und jetzt wird hier zurückgeschoben. Oh, jetzt machst du den Ping fertig. Bei drei wird zurückgeschoben. Oh je. Ja, okay, das ist McCree, der hier irgendwie meint, er müsste. Oh nein, nein. Warum wird die Zahl wieder größer? Nein. Nein. Das Spiel nimmt kein Ende. Aber echt nicht. So, ich muss mal hier gerade Hallo sagen, denn... ...der kommt hier nämlich gerade in der Ecke. Ja, ja, du meinst doch nur. So, hallo. Ja, das war ich. Kuckuck. So. Hier kommt auch schon der Nächste, ja. Äh, mhm, okay. Oh, ja. Kalmedan. Kalmedan 1, 2, 3. Hat mir ordentlich einen auf die... ...Omme. Naja. Ob ich das jetzt lieben würde? Nein, nein, nein. Jetzt auch nicht mehr. Wir haben gewonnen. Wir haben echt gewonnen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Oh, Leute. Wir haben das gewonnen. Oh. Ah, wir haben das gewonnen. Oh, wir haben das gewonnen. Oh. Oh, ja, einfach, Anton, du bist auch ganz toll gewesen. Oh. Oh. Wir haben das echt noch gewonnen. Keiner hätte damit gerechnet. Wir am allerwenigsten. Ja. Oh. Oh, ich glaube, die haben sich richtig... Die haben sich, glaube ich, richtig geärgert gerade. Wahrscheinlich. Können wir hier mal den einfach Anton wählen? Ich würde gerne eigentlich... Ja, das wäre eigentlich gut, ne? Eigentlich würde man den gerne wählen, ne? Schade. Ja, das war natürlich ein sehr gutes... ...Klasse gemacht, ne? Ah, jetzt ist das schon... Ah, herrlich. Leute, das war ja eine Runde. Was für ein Krimi war das. Ah, frag mich nicht nach Sonnenschein, du. Und Stufe 12 erreicht. Und ne Lootbox. Oh. Wahnsinn. Alles klar. Äh, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020